Deltas, da ist ein großes Flugabwehrgeschütz voraus. Näher kriege ich Sie nicht an das Ziel. Viel Glück! Delta, ein Parklicks entfernt liegt ein deaktiviertes Ruidenkampf. Bringen Sie in das Schiff ein und besorgen Sie uns die Startkots. In den Kots können wir die Evakuierung der separatisten Flotte stoppen. Waden Sie sich einen Weg durch die Schlucht und verschaffen Sie sich Zugang zum Schiff. Gibt es Informationen über feindliche Truppen in diesem Gebiet? Das Kernschiff ist mit einem großen Flugabwehrgeschütz gesichert. Erstens gehen Sie leuten auf zahlreiche Flüge. Sie sollten mit heftigem Widerstand brechen. Der Zug führt ein schmaler Weg direkt zur nächsten Schlucht. Also, los geht's, Deltas. Viel Glück, Deltas. Und kommen Sie nicht ohne die Startkoten zurück. Wollt, vor den Flügel! Geh mir den da! Ich denke, wir müssen uns gleich das Gewalt sprengen, Sir. Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas. Latiere Sprengsatz. Hier wimmert es von Bugs. Sprengsatz ist scharf, Sir. Achtung, Granate! Da! Kommandos! Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Sir! Durchhalten, Soldat! Deltas Team! Stimmt, du Kaltblütiger! Wir suchen wie es mit dem Geschütz getrückt. So viel zum Thema Bruchlandung. Du bist du gerne eliminiert! Deltas, an das Geschütz. Ich gebe Ihnen die Deckung. Sieben! Wie viele Abschüsse hattest du heute? Wer ist du, Klugscheißer? Halte die Frequenz frei, ihr zwei. Ganz ruhig, Fixer. Wir machen doch nur Spaß. Weg von dem Geschützkommando. Rücke, Forza! Sie ist eliminiert. Rechts vor, Deltas! Bist du kein Traum oder Treffer? Sicher! Gefallen! Mehr Bugs geben einfach nicht auf! Gut. Mehr Bugs, mehr Abschüsse. Gut, nachlaufen! Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, Deltas. Ich dachte, Sie würden nie fragen, Sir. Bin okay. Gehen wir! Humpeln Sie nicht rum. Nehmen Sie Bacta, Soldat. Hole Bacta, Sir. Alter! Humpeln Sie nicht rum. Ich bin auf! Werner, Vierger hat sich erholt! Bugs, wir müssen hier besser. Ich habe ein Level 3-8. Untertitelung des ZDF für funk, 2017